Perfektes Styling setzt Können voraus. Diesem Können hat sich der Salon halblang in Halle in Tirol voll und ganz verschrieben, um ihre Vorzüge bestens zu unterstreichen. Nicht umsonst gilt der Friseur als wahrer Profi in der Region. Von den neuesten Schnitttechniken bis zu den trendigsten Färbemethoden zaubert Ihnen das von Tony & Guy geschulte Fünf-Mann-Team rund um Inhaberin Susanne Stiller so manch Wunderwerke auf den Kopf. Auch im Make-up-Bereich setzt der Salon besondere Akzente und zwar für Anlässe jeglicher Art. Durch das Verwenden hochqualitativer Styling- und Pflegeprodukte der Firma Sebastian, welche übrigens auch im Salon erhältlich sind, wissen Sie Ihr Haar zusätzlich in den besten Händen. Die zahlreichen Kunden, welche auch aus Innsbruck anreisen, schätzen den Blick des Teams für das Besondere wie auch die berufsfreundlichen Öffnungszeiten. Überzeugen Sie sich selbst und genießen Sie Ihren Besuch im gemütlichen Ambiente des Salons. Weitere Infos erhalten Sie auf www.halblang.at und gefehltmarked. Untertitelung des ZDF, 2020